Benutzen Sie WD-40-Spray durch den WKW-40-Spray. níßeläume 3. Ratschsen Sie den WD-40-Spray. Benutzen Sie ein Drehmomentwalt. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Geben Sie Stecknuss Nr. 15. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie Steckerlangen. Verwenden Sie WD-40-Spray. 5. Schrauben Sie die Sehnschlüssel am Drehmomentschlüssel. 6. Schrauben Sie die Berliner Drehmoment fest an. 7. Behandeln Sie das Kupfanschreifen. 9. Dam avoid die Metalle not después. Verwenden Sie ein fruitiones Benutzer Strachflushol miejsc verwenden Sie Stשоffel användes. Verwenden Sie Entspusschen Moment 1 Verwenden Sie einen Dreieck mit denorp�� 살�igen Nr.n Bis zum nächsten Mal.